Ich zu dir, ich bin 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 zu dir. Pall Dardai wird erneut Trainer von Hertha BSC. Wie der Sky Reporter Florian Plettenberg berichtet wird die Hertha Legende der Nachfolger von Sandro Schwarz. Nach der 2 zu 5 Niederlage gegen Gelsenkirchen zieht die sportliche Führung die Reißleine. Schwarz erzielte in seiner Amtszeit einen Punkteschnitt von 0,76 Zum Vergleich, Pal Dardai holte in seinen letzten beiden Amtszeiten einen Punkteschnitt von 1,35 und 1,23 Nun soll er die Hertha erneut retten Dardai steht für den Hertha-Weg und ist die Definition für die Hertha-DNA Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus